Herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft Saw Adventure Map. Das Video habe ich auf meinem alten Kanal gefunden und ich wollte das einfach nochmal neu kommentieren, weil das alte einfach von der Audioqualität so grottenschlecht war, dass ich mir gesagt habe, komm, das hat so viele Aufrufe, das machst du jetzt einfach nochmal und machst das ein bisschen besser. Auf jeden Fall ist die Adventure Map von KleinHoffi und ich kann euch nur empfehlen, diese zu downloaden als Einsteiger-Adventure-Map, eignet die sich alle Male. War auch, glaube ich, so meine erste, hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich habe die jetzt zwar nicht, so sagen wir mal, 100% richtig gespielt, weil auf einer Adventure Map sollte man ja eigentlich so nichts kaputt machen und bei manchen Stellen, ich wollte es einfach nur schnell durchspielen und dann hatte ich so, keine Ahnung, keinen Bock mehr. Und ich sehe gerade, ich, okay, ja. Ja, auf jeden Fall so viel dazu. Ich hoffe mal, die Videoqualität passt. Das war auf meinem alten Monitor noch, also sollte er eigentlich passen. Ja, bin mal gespannt, was da raus so wird. Und, ja, zack, da schön gelöscht. Freiheit ist so nah und doch so fern, oder was stand da gerade? Ja, und scheiß Steine kaputt machen. Das ist immer das Ätzendste bei Minecraft, wenn du keine Spitzhack oder so dabei hast. Dann musst du immer die Steine mit der Hand kaputt hauen, das ist voll kacke. Ja, ich habe mir das jetzt gerade noch nicht nochmal angeguckt. Ich wollte einfach nur nochmal so nachkommentieren, halt wie gerade eben schon gesagt. Und, ja, hier schön Glas kaputt machen. Ich kann euch gleich nochmal, ähm, die Audiospur von Anfang an einspielen. Oder ich verlinke euch das Video einfach nochmal da drunter. Ihr könnt es euch mal anhören, aber macht nicht zu laut. Also, ihr werdet euch erschrecken. Es geht einfach gar nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich mir damals dabei gedacht habe, das Video hochzuladen. Und irgendwie, äh, habe ich mich nicht selber erschrocken, wo ich dann die ganzen Aufrufe gesehen habe. Also, das hatte 4.900, 4.500 noch was Aufrufe. Das ist echt schon krass dafür, dass das so, ne, wahrscheinlich liegt es nur an dem Plus-Download-Link, dass das deswegen so viele Aufrufe hat, aber trotzdem, das ist schon echt eine hammerharte Aktion. Danke dafür. Erstmal. Vielleicht knacke ich damit ja wieder so viele Aufrufe, das wäre echt cool. Ja. Leiter hochklettern. Hier so ein Jump-Game, das finde ich immer geil. Vor allem bei so großen Minecraft, ähm, Adventure-Maps ist das immer so geil einfach. Da hast du dann so ein riesiges Lava-Becken und, ah, keine Ahnung, finde ich voll cool. Ähm, nutze das Feuerzeug. Was für ein Feuerzeug? Ähm, ja. Läuft bei dir. Feuerzeug. Da muss man jetzt, glaube ich, gleich so Bäume abfackeln. Und, ja. Irgendwas finden, ich weiß gar nicht mehr genau, was es war. Ja, spring doch. Mein Gott. Ey, wäre ich jetzt dabei noch gestorben, das wäre echt schon bitter gewesen. Ja, eigentlich habe ich eine Redstone-Fackel dabei, ich weiß gar nicht. Ich glaube, da musste man auch eine Redstone-Fackel bekommen. Mir jetzt gerade aber nicht sicher. Oder ein Hebel oder so, keine Ahnung. Ah, schönes Inferno. Ah, da ist sie. Ja. Oh, Treppe rauf. Wo geht's hin? Der Sprung ist ungewisse. Bats und noch daneben. Schlecht. Also, jetzt mal ernsthaft. Das war jetzt echt bitter. Leben, sterben. Ähm, ja. Leben, würde ich jetzt mal so behaupten. Oder das war so ein Trick, ich weiß gar nicht. Okay, ich geh sterben. Ah, ne. Hm. Ja. Das ist anscheinend eine echt schwere Entscheidung. Oh. Hä? Alles klar, auf geht's. Schnapp dir die Fackel. Das lustige ist, ich hab letztens mit meiner Freundin Battlefield gespielt. No-Shot-Channel, Steam-Deathmatch. So, Standard, wenn ich mit dir zocke. Und. Dann, ähm. Lese ich so auf einmal. Klein Hoffi. Und ich mir so nichts dabei gedacht. Ich hab irgendwie so. Ist ja jetzt auch schon was länger her, wo ich das hochgeladen hab. Bestimmt schon so zwei Jahre oder so. Bestimmt. Weiß ich jetzt grad nicht. Ich dachte mir so, irgendwie, irgendwie. Kommt dir der Name bekannt vor? Ich schreib so, Klein Hoffi. Ja. Kennen wir uns irgendwo her? Weil der Name kommt mir so bekannt vor. Ich hab dann so gefragt, ob er einen Eisenach holen würde. Auch für Bad Auer. Weil die dazu auch immer Hoffi sagen. Er so, ne. Ich so, warte mal. Hast du nicht eine Sword Adventure Map gemacht? Und er so, ja. Genau das bin ich. Ich so, ja. Ich war hier der kleine YouTuber, der das letztes Play hat. Er so, ach so. Cool. Und so, ja. Und so trifft man die Leute dann halt wieder. Also Zufälle gibt's. Ey. Echt geil. So, das war auch schon die Sword Adventure Map. Das muss man hier eben vorlesen. Glaube ich. Ähm. 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 Danke fürs Spielen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn du, was? Die Map bewertest. Zweitens, wenn du mir eine Mail schickst, in der der Link zu deinem Video steht, weil ich mir das gerne anschauen möchte. Und es wäre schön, wenn du deinen Freunden von mir, keine Ahnung, erzählst, dann können deine Freunde auch mal die Map testen. Drittens, wenn du meinen Kanal in Let's Play der Map, äh. Blablabla, mein Kanal. Klein Hoffi 100. Ja. Ja. Hallo. Ich hab noch nicht. Egal. PS. Ich hoffe, keine Ahnung. Leck mich am Arsch. Ja, dann sag ich jetzt mal, ich hoffe, es hat euch gefallen und, ja, bis zum nächsten Mal. Haut herein. Obwohl, PS fällt mir gerade noch ein. Ich hab, äh, vormorgen ein Rube-Tour hochzuladen. Würde mich freuen, wenn ihr euch das angucken würdet. Und dann eventuell noch ein kleines, äh, neues PC-Setup-Video oder keine Ahnung. Ich guck mal, was ich so machen lässt. Hab ich auf jeden Fall gerade irgendwie Bock drauf. Und, würd mich freuen, wenn ihr euch das mal anguckt. Also, ich lad das Video jetzt direkt hoch. Also, es wird jetzt gleich direkt veröffentlicht werden. Ähm. Ja. Ich hoffe, jetzt mal, das Video hat euch gefallen. Ähm. Wünsch euch noch einen schönen Abend. Was, äh, was ich, ich war so dumm irgendwie. Was, ne, da fällt mir nicht mehr zu ein. Ja. Einfach nur lustig. Okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Und, ciao. Bis zum nächsten Mal.